Das Schleswiger Kaltblut ist ein freundliches Kaltblutpferd aus Norddeutschland. Es ist heute vom Aussterben bedroht und steht auf der roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland. Es wurde 1988 und 1996 von der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres erklärt. Exterieur Das Schleswiger Kaltblut ist ein Kaltblutpferd im mittleren Rahmen mit einem freundlichen, lebhaften Blick, kräftigem Hals, kurzen, kräftigem Rücken, großen, harten Hufen und einem nicht zu üppigen Behang. Eine leicht zehnenge Stellung der Vorderbeine und ein leichtes Überbautsein sind rassetypisch. Interieur Das Schleswiger Kaltblut ist ein leistungsfähiges und ausdauerndes Arbeitspferd, dabei unkompliziert und ruhig im Umgang, leicht futtrig und robust. Zuchtgeschichte Die Rasse gründet sich auf den Mitte des 19. Jahrhunderts geborenen Sarfog oder Scheierhengst Oppenheim, der 1862 aus England importiert wurde. Mitte der 1970er Jahre war die ehemals 20.000 Tiere umfassende Population auf nur noch 40 Tiere geschrumpft. Heute kümmert sich der Verein Schleswiger Pferdezüchter um den Erhalt dieser Rasse. In Dänemark wird die dem schleswischen Kaltbluteng verwandte Rasse Jüdländer gehalten, mit der Zuchttiere ausgetauscht werden.